Oh oh Hey, stirbst du jetzt? Da sind sie wirklich die meisten jetzt tot auf einmal So Ich muss ganz kurz schauen Einstellungen Steuerung Zielhilfe Legen sie den Punkt wie sie als Zielhilfe fest Okay, was ist der Unterschied? Ah ok, ich glaube das gefällt mir so jetzt mehr Schauen wir mal Hm Halten die zu mir aus? So und jetzt sind wir wieder draus Oh Gott Oh Oh So So Wenn da hinten Da schießen wir auch gleich Da hinten ist auch noch einer Oh Hat der gerade die Flasche geschmissen So Ups Sorry So So ein Glick habe ich von 1.5 ausgestellt Irgendwie das Gefühl, dass sie das auf einmal mehr aushalten So So Da waren wir gerade Irgendwo hinten, ah genau da hinten war nur das Grat Ah sogar Rot und Grün das taugt mir sehr gut Nehmen wir das gleich mit Das auch gleich So So Wie wirfst du schon wieder mit Sachen? So 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 Das war ja So Es ist auch wieder So Weitere 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 So Wir so jetzt habe ich kaum noch zu mehr es ist nicht gut jetzt nicht doch dass man die jetzt so schnell ausgeht so aber was jetzt mache ich das wollte zwar nicht okay so kombinieren mit dem und im felter lagern perfekt dann haben wir da wieder was ist mir da gleich wieder eins gut ja dann so geht es also alles klar da möchte ich ehrlich gesagt nicht durchgehen kann man vorher die sachen ablegen das war ja klar ja ok wieder Genau, bitte, kill den einmal. Sehr nice. Hast du Munition? Ja, du hast Munition. Ma, jetzt nehme ich es jetzt wieder. So, kann ich einmal nachladen. Gut, weil solange wir da draußen sind, ist es mir ja wurscht. Kann ich Kondition sparen und das machen, danke. Ja, sehr nice. Gut, da kann ich eh nichts mehr passieren. Dann bitte schießen da. Okay, aber auf jeden Fall kann ich jetzt noch, zumindest jetzt noch nicht einfach so drauf losschießen, sondern muss wirklich schauen, dass ich Kopfschüsse lande. Nächste, rechts. Mhm. Sie sind fast da. Laufen Sie. Okay. Ich glaube, wir haben einen Fluchtwagen. Ja. Mist, kein Schlüssel. Ähm, sicher? Ich suche ja. Vielleicht im Handschuhfach. Oben. Beim Sonnenschutz-Dingens. Kino sieht so weit. Vielleicht kurz schließen. Moment. Da, der Schlüssel. Wo jeder Schlüssel immer versteckt ist. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Angeschnallt? Ja. Angeschnallt. Ach Gott, zu Dank. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Leon, bitte achte auf der Straße. Ja. Mist. Leon, Helena, ist alles in Ordnung? Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Naja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Die Abwasserkanäle. Toll. Also, das Autofahren ist immer noch Leon. Das hat in Resident Evil 2 auch schon nicht funktioniert. Da hinten sind Zombies, okay. Wir gehen runter. Kommt doch. Hm. Alles okay. Ich werde alles publikieren. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offen zu legen, verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Glauben Sie mir. Ich weiß. Okay. Aber wir haben ja immer noch keine Fertigkeiten verteilen können. Ich lasse nur mal kurz schauen. Ob das nicht irgendwie da geht. Drücke ich mal einfach mal in der Taste mal da durch. Ja, aber da geht einfach nicht. Hm. Na gut. Wie lange geht denn? Ich gehe auf dem Session noch. Okay. Halbe Stunde circa noch. Muss man da nachher anschauen. Oder schauen wir es. Ups. Jetzt noch kurz. Na, ich spiele mal weiter. So. Ah, da hinten sind Kisten. Die können wir vielleicht. Ah, okay. Brauche ich nicht mehr das Messer dafür. Sehr nice. Das wollte ich nochmal nicht machen. Bin das so gewohnt von Resident Evil 5, dass ich immer Eins drücke für meine Waffe. Fälligkeitsbund. Wie kann ich diese ausgeben? Hm. Wenn Sie da drin sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. Oh, oh. Komm ich da. Rühe. Ja, ich hoffe, da kommt keine Bahn. Da hinten kommt ein Zombie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Boah. Die sind mit ihm. Und kommt da daher geflogen. Und hier haben Sie da drin. Ich hoffe, es